Mh, moinogamer und rechts. Jetzt kommen wir wieder zu einer Runde Let's Play Minecraft. Ja, ich bin hier auf dem Playminity Server, wie ihr wieder vor mir seht. Und ja, wir spielen wieder eine Runde Jump League. Und ja, wir haben jetzt erstmal ein Easy Modul. Steht hier zumindest. Ich hoffe, das ist auch easy. Aber es sieht relativ einfach aus. Das heißt, wir sollten es hinbekommen. Oh. Ich glaube, da hätte ich nicht anhalten sollen. Ah, ja. Und ich bin auch zu spät gesprungen. Äh, zu früh. Nicht zu spät. Komm. Ja, easy. Es hat niemand gesehen, dass ich da nochmal gestoppt bin. Okay, das cutte ich alles raus, ne. Und die Zeit werde ich dann auch nochmal mit Photoshop bearbeiten. Es da auch dann, äh, steht, dass ich das Modul in einer Minute geschafft habe. Schneller als eine Minute. Weiß gar nicht, wie viel Zeit hat man denn? Ah, easy. Ah, jetzt kommt dieser ekelhafte Seelensand. Ah, gut. Ich dachte schon, wir brauchen jetzt 100 Stunden, um erstmal zur Kiste zu kommen. Ich hasse Seelensand. Ich habe keine Ahnung immer, wann ich da springen soll. Ah. Wo? Ah, das Modul kenne ich auch. Wir haben jetzt eigentlich okayes Equip. Wenn wir jetzt noch ein Steinschwert in den nächsten Modulen bekommen würden, wäre das nice. Nice. Nächstes Modul. Warte mal. Wird da überhaupt eine Kiste? Ah. Nice. Aber jetzt doch noch ein Steinschwert. Wäre fast weiter gelaufen, ohne eine Kiste. Aber ich habe ja zum Glück den Checkpoint geholt. Deswegen können wir uns da ran zurückporten. Hab ich den Helm? Lol. Ich dachte, man kann keine Sachen mehr am Fallen mitnehmen. Anscheinend geht es schon. Jo, meine Equip ist broken. Oh, das Modul kenne ich. Da hing ich. Ziemlich lange. Weil ich keine Ahnung hatte, wo ich hin muss. Ich muss wahrscheinlich da hinspringen. Aber ich komme da nie hin. Oh. Das war close. Ich war dran. Also. Keine Panik auf der Titanic. Wir kriegen das noch hin. 4 Minuten 47 bleiben wir uns noch. Guys. Trust in me. Und. Oh, fuck. Wir sind alle eingeschmiert. Die Erleitern. Da glitscht man so ab. Geht hier nicht mit rechten Dingen zu. Geht hier nicht mit rechten Dingen. Ach, komm. What? Warte mal. Ich bin da gerade auf den unteren Fuß gesprungen. Und dann anscheinend wieder hoch und runter. Unlucky. Ich ziehe mir schon mal meine Sachen an. Nicht, dass es nachher irgendjemand wieder schafft. Ja, ist einer bei 75. Aber. Oh Gott. Ich muss ja unbedingt weg. Ich habe noch keine Brust. Ach, komm. Ich stehe mich hier sogar bei den leichtesten Sprüngen. Oh Gott. Das war. Alter, das ist nicht dein Ernst. Was ist denn das für ein Cut-Modul? Oh Gott. Jetzt waren das einfach noch so Zaun-Sprünge. Ich habe mich schon gefreut, dass ich den Über-Eck-Sprung da geschafft habe von der Leiter. Weil ich hasse Leiter-Sprünge. Oh, wow. Na, das wäre. Auch mal heftig gewesen. Fuck. So ein Müll. Ich komme so weit und dann. Ah, jetzt habe ich diesen Sprung aber raus. Relativ. Ach, komm. Oh, ich glaube, das wird nichts mehr mit dem Modul. Haben wir wirklich keine Brust? Ach, Mann. Ah, wir müssen durchspringen. Ansonsten schaffen wir da auch nicht den Sprung. Ach, komm. Oh. Na, wow. Abgeglitscht. Einer ist schon bei 86. Oh, ich glaube, ja, es hängen mehrere in dem Modul, wo ich gerade hänge. Aber bei denen sind, glaube ich, nicht die Leiter, äh, die Leiter, die, ähm, Zaun-Sprünge das Problem, sondern hier, dieser Sprung, da vorne an die Leiter. Ach, komm. Fuck. Oh, lol. Das gibt's nicht. Egal, ich werde die gleich alle racken. Scheiß auf ne Brust. Braucht man nicht. Ach. Mann. Ja, toll. Ja, jetzt können wir warten, bis es losgeht. Wir haben Pfeile, aber keinen Bogen. So, mein Freund. Tschüss. Oh, lol. Der ist schon tot. Warte mal, was? Warum ist denn da kein Equip drin? Ah, nächster. Nächste Kiste. Guste mich. Regge. Und ich regge. Mein Freund, gleich kriegst du auf die Fresse. Genau jetzt. Zack. Nächste Kiste. Äh. Vier. Erstmal was futtern. Ist da noch irgendwo wer? Leute. Bei dir. Da ist einer. Rootet der gerade in der Kiste, oder was? Ach ne, der ist gerade respawn. Ach, fuck. Oh, ich glaub nicht, dass ich den fighten kann. Oh, er hat mich übel gut getroffen. Ja. Ich krieg einfach keine Brust. Den muss ich schon übel lucky treffen, damit ich gewinne. Und da ich nicht so der PvP-Gott bin, äh, wird's schwierig, aber vielleicht haben wir ja Glück. Man weiß es ja nie. Äh, Leute, wo seid ihr? Oh. Oh. Warte. Oh. Essen. Und sonst noch irgendwas. Ja. So. Ich muss erst mal den Hotkey finden. Um jetzt zu essen. Aber vom Essen sind wir jetzt auch relativ gut ausgestattet. Es lebt noch einer hier. Und der hat auch drei Leben. Ah, der hat mich. Fuck. Er ist ein Angelspieler. Ich kann nicht mit Angel spielen. Wo ist die 1.9 auf diesem Server, wenn man sie braucht? Und der immer noch hier hinten? Ey, wo ist der Junge? Ey, Junge mit Eisenrüstung. Komm mal ran. Ah, da ist er. Jo. War das ein Goldapfel, den er gerade gefuttert hat? Jo, die Range. Ah, ja. EG. What? Good game. Nice. Achievement. Wenn ich wieder hier ein Fairplayer, weil ich erstmal GG schreibe, obwohl er wahrscheinlich den übelsten Ping hatte. Übelster Pingplayer. Na ja, sah wenigstens so aus. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen, die Gunde. Wenn die Gunde euch gefallen hat, zeigt es mir doch mit einem Daumen nach oben. Und ja, wie schon beim letzten Mal, schaut doch mal auf meiner Facebook-Seite vorbei. Und lasst doch da mal auch ein Like da. Dann könnt ihr mir auch, äh, da folgen. Und vielleicht teilt ihr die da sogar. Tschüss und bis nächstes Mal. Tschüss und bis nächstes Mal.